Gut, jetzt habe ich ein paar Aussagen. Bitte sagen Sie mir, wie sehr das nach etwas klingt, das Sie sagen würden. Die erste. Konflikte entsprechen einfach nicht meinem Wesen. Ich verlasse mich nicht gern auf die Unterstützung anderer. Ich verlasse mich nicht gern auf die Unterstützung anderer. Ich freunde mich nur langsam mit neuen Ideen an. Jetzt sorgen wir hauptsächlich dafür, dass die Bürger und Soldaten der RNK vor Ort sich aus Ärger heraushalten. Aber das ist Captain Papas Aufgabe. Jetzt sorgen wir hauptsächlich dafür, dass die Bürger und Soldaten der RNK vor Ort sich aus Ärger heraushalten. Aber das ist Captain Papas Aufgabe. Ich hätte gern einen großen Atomic Shake und einen doppelten Brahmin Burger. Und diesmal bitte mit weniger Agavensauce. Wir haben dir ein Passwort gegeben, Veronica. Es ist zu deiner Sicherheit. Ich weiß, wo du wohnst, Ramos. Mach auf. Um Himmels Willen, ich mach ja schon auf. Aber hau die Partner. Schön, Sie wiederzusehen. Der Boss wartet oben auf Sie. Also, zischen Sie los. Wie ich sehe, haben Sie jemanden mitgebracht. Tut mir leid. Wird wohl draußen bleiben müssen. Kommen Sie bald wieder vorbei. Ein Teil von uns will abhauen. Zurück zur RNK gehen und sich stellen. Aber Kuk will uns nicht gehen lassen. Na gut. Was genau wollen Sie wissen? Meine Güte. Die Legion stürmt den Staudamm über die Einlauftunnel. Jemand muss sie aufhalten. Ich denke, dass Sie den Wasserstrom in die Turbinen des Generators umleiten könnten. Das würde Hackfleisch aus Ihnen machen. Hoch, die Flossen. Man nennt mich Redbrick-Kid. Redbrick nimmt nie Drogen. Das Zeug macht einen fertig. Ich bin ein Dinosaurier. Okay, bis dann. Ja, der Verlust der Patrouillern beschäftigt ihn jetzt schon eine Weile. Er nahm es sehr persönlich, als Sie nicht mehr zurückkehrten. Nehmen wir uns einen Augenblick Zeit, um die Augenblicke Revue passieren zu lassen, die Ihr Leben lebenswert gemacht haben. Denken Sie zurück an den Moment. Denken Sie zurück an den Moment, in dem Sie Ihre feste Freundin zum ersten Mal geküsst haben. Aber ich kann Sie nicht so hassen, wie Papa es tut. Uns ging es sicher besser, wenn die RNK anstelle von Caesar's alles im Griff hätte. Uns ging es sicher besser, wenn die RNK anstelle von Caesar's alles im Griff hätte. Sie folgten uns dorthin, doch wir waren weg, bevor Sie es merkten. Sie folgten uns dorthin, aber wir waren weg, bevor Sie es merkten. Ich bedanke mich erneut, ebenso wie der gesamte Westen, sobald die Funkmeldung raus ist, sobald die Freigabeformulare unterzeichnet sind. Nach der Schlacht am Hoover Staudamm verschwanden die führungslosen Pulverbanditen der JVA ins Ödland und ließen das Gefängnis verlassen zurück. Als ich diesen Auftrag bekommen habe, hatte ich mit mehr Zockerei gerechnet. Zu ihrer Wunsten! Ein Essen im Gourmand macht einem den Gaumen zu wählerisch. Ich kann nirgendwo anders mehr essen. Was darf's sein? Denken Sie daran, ein beeindruckendes Trinkgeld ist auch eine Botschaft. War mir ein Vergnügen. War mir ein Vergnügen. War mir ein contributors. War mir ein니까 Paala. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020